Oh mein Gott, hat der Marlon mir tatsächlich hier 6.000 Euro? Volker Warumna, hallo? Moin, Zimmermann hier. Ich wollte mal fragen, und zwar Rechnung an die Gemeinde, über wen laufen die, beziehungsweise an denen sollen die Rechnung gehen? Um was geht's denn? Die Polizei, also die einen Notarzt, also zwei Polizistationen, die einmal wieder zur Polizeistation, die Feuerwehrstation liefert hat. Hä, was? Nochmal? Ich hab's grad nicht... Also ein, zwei Polizeiautos wurden bei uns gewahrt und werden jetzt das aktuelle Polizei- und Feuerwehrstation wieder zurückgeliefert und ein Notarztfahrzeug, da wollte ich jetzt einmal fragen, an wen die Rechnung gehen soll. Äh, die geht an mich. Können Sie mir schon den Betrag nennen? Äh, ne, da muss ich noch mit meinem Kollegen drüber reden und machen. Okay. Okay? Und dann, sobald ich da mit Ihnen, den Kollegen drüber geredet hab, werde ich's informieren, kann ich einmal den Betrag nennen und dann krieg ich noch einmal den nächsten Rechner. Ja, passt. Okay, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso, tschüss. Tschüss. Achso, dann haben wir das aber eigentlich gleich erledigt soweit. So viele sind's nicht mehr, die hier weg müssen an Baumstümpfen. Beziehungsweise muss ich dann erstmal wieder aufladen. Also der, der bei mir unten auf jeden Fall das Feld dümmen muss, der wird sich freuen. Der wird es nämlich mit dem neuen, äh, beim Fiat machen müssen. Oh, warte mal. Ja? Servus, Hans. Äh, hast du den Traktor schon runtergebracht? Nee, wohl nicht, ich bin dabei, aber irgendwie rückelt mir mein Fahrzeug immer so kümmern, ich bin noch ein Pferd. Oh, Mito. Ähm. Ich glaub, der hat irgendein Mütterfahrt, mir das ist, keine Ahnung. Aber andere Frage, ist da Pflegebereifung drauf? Ja. Okay, dann haben wir's richtig gemacht. Dachgrad. Okay, weil der würde vom L.U. demnächst schon gebraucht werden. Ja. Also am Hof unten. Ja, ich bin ja fast da. Okay, gut, danke. Ja, ciao. Ciao. So, jetzt hab ich's gleich geschafft. Jetzt liegt da noch so ein halbes Ding rum. Okay, egal. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Sunny ist diese Woche auch wieder nicht da. Der musste schon wieder mal auf Leergang. Daher muss ich heute wieder alles alleine machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich natürlich die Biobelt sehr ungeschickt hingestellt. Mal gucken, ob ich die wegkriege. Warte mal, ich kann dir vielleicht kurz vorne dranhängen. Okay. Okay. Irgendwie ist ein Gespräch. Der müsste hier nämlich nochmal was machen. Ich brauche hier noch mindestens einen Unterstand oder sowas. Hey, was ist denn heute los? Da-dum. 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 das passt so tief bin natürlich nicht gedacht so ich bin natürlich auch weiterhin überlegen ob ich mir vielleicht doch noch das kartonwerk kaufen soll die karton produktion ich weiß es aber nicht leisten kann ich es mir im moment eigentlich gar nicht ist halt die frage ob mir einer einen kredit gibt aber ich habe eigentlich keine lust schon wieder irgendwo um kredit zu betteln das ist natürlich auch die sache so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die habe ich auch gleich so machen können. Die habe ich auch gleich so gemacht. Irgendwas scheint heute wieder nicht ganz so rund zu laufen. Ich weiß nicht woran es liegt. Ich weiß nicht ob neue Mods schon gekauft wurden oder ob es an irgendeinem alten liegt. Und im neuen kann es eigentlich nicht liegen. Vielleicht liegt es auch nur hier an meinen Bäumen aber die kommen ja bald weg zum Glück. Jetzt gucken dass ich die drei stück hier noch aufladen kann. Bis zu Jürgen da ist und dann passt es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja aber was heißt denn Geldmangel? Das ist ja das ist ein Nebenerwerb. Der ist ja eigentlich Schafswirt. Moin. Servus Jürgen. Bin kurz am Telefon. Moment. Ähm. Sagen sie ihm das ist ja nur ein Nebenerwerb. Ja. Okay. Vorstehe. Vorstehe nicht weshalb er das schon wieder dicht machen will. Verstehe ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Lambda. ETE Untertitelung des ZDF für funk, 2017